Wer Lampenfieber hat, fängt an zu stottern. Stress verschlägt einem den Atem und bei großer Aufregung kann die Stimme ganz wegbleiben. Eva Loschki, wie kann ich mich, wenn ich zum Beispiel Lehrerin bin oder Erzieherin, darauf vorbereiten, den ganzen Tag, die ganze Woche über laut sprechen zu müssen? Wie kann ich meine Stimme pflegen? Da gibt es eigentlich vielfältige Antworten. Wenn Sie ein Voice Worker sind, das sind nun mal Lehrer, Erzieher, also 80 Prozent unserer Berufe sind Kommunikationsberufe, dann ist unsere Stimme unser wichtigstes berufliches Handwerkzeug. Da würde ich sagen, da braucht es eigentlich ein professionelles Training. Wir werden dann zum Leistungssportler mit der Stimme und jedem leuchtet ein, Leistungssportler trainieren. Also das wäre Nummer eins, weil man braucht dann schon, wie ein Musiker, wie spielt man dieses Instrument Stimme? Jedem leuchtet ein, der Musiker übt. Und dann gehe ich zum Logopäden für dieses Training? Zum Logopäden oder auch erstmal nur in den Vortrag. Einfach sich erstmal diesem Thema Stimme nähern. Und dann gibt es natürlich ganz praktische Sachen. Also wenn Sie sehr unter Lampenfieber, Aufregung, Unsicherheit leiden, dann zieht sich Ihr Körper zusammen und dagegen hilft nur Bewegung, damit wir wieder locker werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, den Bauch locker lassen, Po locker lassen. Und natürlich, wenn Sie sich bewegen, ich schüttle zum Beispiel gerne meinen Hintern aus, das kann ich jetzt nur hier am Radio nicht zeigen. Oder aber auch mal schnell die Treppen hochgehen oder schnell vom Auto, total schnell vom Auto, vom Parkplatz zur Schule gehen. Also sich bewegen oder so Rücken krault, Schultern kreisen, irgendwas machen, sich bewegen, ein bisschen außer Atem kommen. Stimme ist in Schallwellen, umgewanderte Ausatmen. Sich bewegen, dann Gorilla, Bauchentspanne, Po entspanne, was wir vorhin hatten. Und dann, wenn Sie noch, also wenn Sie merken, Ihr Mund ist hier trocken, viel trinken, auf keinen Fall räuspern, sondern lieber stattdessen ein Bonbon lutschen. Und da auch keine Bonbons mit ätherischen Ölen, denn ätherische Öle trocknen aus. Also lieber sowas wie Islamos oder Emserpastillen oder Gelorivois, das gibt noch Feuchtigkeit. Salbei. Salbei, ja genau. Also herkömmliche Mittel oder in den USA hat man noch untersucht, wenn Sie einen Apfel kauen. Ja, dann wird so viel im Mund angeregt und Sie müssen so oft schlucken, dann befeuchtet sich Ihre Stimme auch. Wie kann ich denn üben, dann beim Reden auch noch Ruhe und Sicherheit auszustrahlen? Indem Sie immer wieder eine Pause machen und wirklich Ihre Worte wirken lassen. Weil diese Pause, die stiftet Sinn. Das Wort vor der Pause ist betont. Und diese Pause schafft Spannung. Eva Loschke, ich habe Ihnen total gerne zugehört mit absolut entspanntem Bauch- und Beckenboden. Vielen Dank für diesen Besuch in den WDR 2 Sonntagsfragen. Wer mehr über Sie erfahren möchte, der guckt ins Netz auf wdr2.de. Da haben wir natürlich auch die Angaben zum Buch. Gut klingen, gut ankommen. Und auch zu den CDs, die Sie rausgegeben haben. Souveräne Stimme unter Druck und Stress. Gisela Steinhauer wünscht Ihnen allen noch einen schönen, entspannten, aber auch bewegten Sonntag mit WDR 2. Bis zum nächsten Mal.